Übung 8b 1 Hallo, ich heiße Hannah und ich habe mein Handy immer bei mir. 2 Ich höre jeden Tag Radio. Mein Handy benutze ich nicht mehr. 3 Lesen ist mein Hobby. Mit einer Zeitung kann ich mich gut ausrufen. 4 Ich wohne mit meiner Familie und meinem Hund in einem Haus in Hamburg. 4 Sie haben mit einer Zeitung. Ich wohne mit einer Zeitung. Ich wohne mit meiner Hilfe. 5 Ich wohne mit einer Frau. Ich wohne mit meiner Mutter. Vielen Dank.